Wow. Findest du es nicht zu nett? All dieser Frieden, die Perfektion. Ich find's bedrückend. Nein, ist beruhigend. Du weißt, wie schwer Schreiben für mich ist. Es ist Folter. Ja, dann mach was anderes. Ja, und was? Vollzeit Hausfrau? Das ist ein ehrenwerter Beruf. Sie denken, man kann kein großes Werk schaffen und sich auch noch gleichzeitig um die Familie kümmern? Im Alter von 45 hatte Bergmann 25 Filme gedreht. Wie hätte er das hinbekommen sollen, wenn er gleichzeitig Windeln hätte wechseln müssen? Was denkst du darüber? Sollte mich schlecht fühlen, oder? Nein, ich hab mich nur gewundert, weil du ihn doch so magst. Du magst ihn doch auch. Wie läuft's mit deinen Sachen? Ziemlich gut. Worum geht's? Wie unsichtbare Dinge zirkulieren innerhalb eines Paares. Kann ich dir erzählen, woran ich schreibe? Ja. Eine junge Frau schaut in die Ferne. Und Bergmann nimmt einen sehr wichtigen Platz ein in ihrer Fantasie. Sie liebten sich leidenschaftlich, wie es Teenager eben tun. Ich will mit dir zusammen sein. Für diese Liebesgeschichte gab es keinen Platz mehr in ihrer beider Leben. Wir sind immedfließend. Ja! Wir sind ein claseinvest. Wir sind aufz��. Untertitelung. BR 2018